Hallo und herzlich willkommen zurück zu Christmas Stories, der Weihnachtszug. Schön, dass ihr hier wieder dabei sein wollt. Genau. Wir sind wieder beide am Start und es ist einiges passiert. Ja. Erstens sind wir mit unserem Bruder Hänsel am Bahnhof überrascht worden vom Weihnachtszug. Jetzt ist seine Maus. Und jetzt ist seine Maus, weil er unartig war. Er ist Kieße. Ja. Weggeschreddert. Einfach so. Und ja, nur böse Kinder werden praktisch in Tiere verwandelt vom Weihnachtszug. Und wir müssen das wieder richtigstellen. Beziehungsweise auch ein anderes Kind wurde in einen Hund verwandelt. Und das müssen wir auch richtigstellen, dass er ein guter Junge ist. Genau. Ich habe den Sack vom Weihnachtsmann offenbart. Ja. Ganz viele Geschenke vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. So finde ich das auch. Und wir sind jetzt gerade dabei, in dieser Geschichte den jungen Tommy zu helfen. Denn er ist abgehauen und wollte zu seinem Vater zu Weihnachtszeit. Genau. Denn er wollte mit ihm zusammen feiern. Er musste Überstunden machen auf der Arbeit. Wurde quasi gezwungen vom Chef. Tommys Zimmer ist irgendwo in der Nähe. Vielleicht finde ich dort etwas, das mir zeigt, wohin er gegangen ist. Wobei ich muss auch sagen, es ist ziemlich unfair vom Chef zu sagen, ähm... Du, äh... Ups, es ist dunkel. Oh, das Licht ist aus. Der Geschichtenerzähler spielt mir wohl einen Streich, weil er mir besonders schwer machen will. Aber zum Glück heißt das wahrscheinlich auch, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Genau. Das kriegen wir auch noch hin. Hier ist ein Chamäleon-Objekt. Ähm, ja. Ist aber auch ziemlich unfair vom Chef zu sagen, du verlierst deinen Job, wenn du jetzt keine Überstunden machst. Finde ich schon krass eigentlich. Ja. Vor allem an Weihnachten, das ist schon nicht die nette Art, sag ich mal, weil, ähm, so hat er ja keine andere Wahl eigentlich. Das ist für unseren kleinen Freund. Ja, er freut sich. Er gibt uns eine Münze und noch einen Handschuh. Ja, es ist ja glücklich, hoffentlich. Ich gucke mich hier nochmal eben um. Also es gibt ja sehr viel zum Sammeln. Die Karte kann ich euch jetzt zeigen. Genau. Ähm, da gibt es einmal die Puzzle. Da haben wir sechs von zwölf. Ich weiß nicht, müssen wir mal schauen, soweit waren wir noch nicht, ähm, wenn man hier alle Puzzleteile hat, ob man das selber zusammen puzzeln darf oder ob sich das selber zusammenfügt. Dann haben wir noch die Sammlung. Da ist ein Hund. Und mal gucken, was wir hier noch finden. Auf die freuen wir uns ja ganz besonders, weil so Figuren sind immer ganz süß und süßig. Ja, hier ist, glaube ich, eine Katze. Das könnte Lolli sein. Lolli ist immer mit dabei. Hier ist echt eine schöne Stadt. Das gefällt mir echt gut. Ich liebe Weihnachten und den Winter sowieso. Das ist eine schöne Zeit. Schauen wir mal, ob wir was mit der Münze machen können noch. Ja, die Münze, die war doch hierfür. Ach, ja stimmt. Ich habe schon wieder vergessen, dass sie das vorhin gesagt haben. Ach, da ist die, ähm, Sicherung drin. Das war passend zu Weihnachten. Ich hätte auch gerne eine Sicherung. Ja, einige bräuchten bestimmt eine neue Sicherung. Ja. Gerade heutzutage. So, hier, das kommt da rein. So, wieder eine neue. Repariere den Strom, indem du alle Sicherungen an den Schalter anschließt. Wähle die Metallteile aus, um sie zu drehen. Wähle die Sicherung aus, wenn sie alle angeschlossen sind. Und dann den Schalter, um sie alle einschalten. Mein Gott. Also, wir fangen mal oben an, würde ich meinen. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Die muss dann später auch alle einschalten. Wir haben geguckt. Ich glaube, es passt. Es leuchtet grün. Auf jeden Fall haben wir Strom wieder. Sehr gut. Haben wir ganz schnell gemacht. Und alles erleuchtet. Richtig schön. Ich finde, die haben das echt schön dekoriert. Alles weihnachtlich. Auch bunte. Vielleicht auch so ein bisschen hier rein, ne? Ja. Und bunte Lichterketten. Und hier hängen auch wieder Socken. Ja, dann haben sie ja sechs Paar Stiefel. Ja. Und vorne auch, ne? Also, ganz viele Geschenke. Genau. So ein Arsch. Erschreckt mich doch nicht so. Ich weiß, dass ich nur bis Mitte Nacht Zeit habe. Da haben wir ein Bild und die Zeit rennt uns davon. Ja, leider. Ah ja. Gut gesehen. Noch ein Puzzleteil. Da muss man echt gut hingucken bei den Puzzleteilen. Also, das ist echt Wahnsinn. Da auch. Die sind immer so reingefriemelt. Ja. Aber hier auch sehr süß gemacht. Hier mit dem Weihnachtsbaum, da sind Zuckerstangen, da ist ein Igel. Schlitten und einfach gemütliche Weihnachtszeit. Das haben wir ziemlich viel, ne? Also, der Lutscher war auf jeden Fall für den Hasen. Und dann haben wir noch ein Bild. Jawohl. Das haben wir schon mal. Ich weiß gar nicht, hier, was war hier los? Ah, hier, Tommys Schloss. Da geht's ins Tommys Reich. Ist auch so süß gemacht. Genau, da brauchen wir einen Schlüssel für. Aber erst mal... Ah, warte mal. Stimmt. Wir haben ja die Meiße. Und diesen Zweig haben wir noch. Den Zweig. Jawohl. Da können wir dann später ran. Und das kommt da hin. Eine Eichel und ein Piepmatz. Ein Dornpfaff. Ja, genau. Ja, küsst ich doch. Mal gucken. Genau, der kommt hier hin, ne? Zu dem Anderen. Und ein kleines Rätsel. Interagiere mit den Teilen, um das Minispiel zu lösen. Falls du nicht weiterkommst, kannst du den rosaroten Tipp in der Mitte verwenden. Wähle die Blume oben links aus, um zu beginnen. Genau, dann müssen wir hier erstmal beginnen. Oh, das ist der Mond. Der Mond kommt hier rein. Solche Geschichten mag ich ganz gerne. Das muss man miteinander verbinden. Ah, genau. Dann haben wir Rot. Wir fangen mit Rot an. Lila. Lila. Blau. Blau. Grün. Und grün. Ein kleines Werk rätsel. Das kann ich nicht so gut, weil ich kann mir Sachen nicht so gut merken. Aber das fand ich hier auch sehr süß. Einfach die Dächer tauschen. Das ist auch so süß gemacht. Und wir kriegen die Pistole. Genau. Oh, er verliert hier erstmal die Zeiger für die Uhr. Das können wir jetzt einmal da einfügen. Klingen so viele Sachen so schnell auf einmal. Es ist Wahnsinn. Es geht hier Schlag auf Schlag. Wir müssen das hier verbinden miteinander. Also, dass die Verbindungen alle da sind. Ja, einmal grün leuchten. Schauen wir mal, wie wir das machen wollen. Das schaut gut aus, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Ich glaube. Das ging auch relativ einfach, fand ich jetzt. Das letzte Zimmer. Aber schön. Super cool. Lass uns feiern. Immer gerne. Da sind wir dabei. Und wir gehen in Tommys Zimmer. Auf das Zimmer bin ich gespannt. Ich finde das richtig toll. Das ist Tommys Zimmer. Er liebt Weihnachten so sehr. Ich muss nach etwas suchen, das mir helfen kann, ihn zu finden. Also, sogar er hat einen eigenen Weihnachtsbaum. Auch einen sehr großen. Also, er ist von Weihnachten sehr, sehr geprägt und fasziniert. Cool. Die Trommel. Sehr schön. Wir sammeln erstmal ein bisschen was ein. Das ist ein Rätsel, ja. Ja. Das wird ein Rätsel sein. Aber wir haben hier den, ja, freundlichen Clown. Wobei, traue niemals einen Clown. Und einen lustigen Bären. Und einen lustigen Bären. Achso, das war ein Chameleon-Objekt. Ich habe einfach mal drauf geklickt. Ein Buch haben wir jetzt. Ja. Das hier. Ach, Mistelzweig. Und das andere sind wohl die Flicken, glaube ich, die wir dazu brauchen. Da fehlt uns aber noch einer. Und hier ist hier so ein Affe, der ist auch irgendwie fast in jedem Game. Ja. Ach, der Bär ist so süß. Ah, okay. Jetzt können wir das mal angucken. Ein Bär haben wir auch noch. Sehr schön. Oh, süß. Die Figuren mag ich am liebsten. So, was haben wir denn jetzt hier? Hier vielleicht nochmal was. Habe ich hier was übersehen? Ohne Klinke geht die Schranktür nicht auf. Hoffentlich liegt sie hier irgendwo herum. Ja, möglich. Hier sind so viele Sachen. Ah, schau mal. Das Bruderchen kann jetzt auch mal was tun. Er schafft das. Ah, ist so niedlich. Oh. Gut gemacht. Gut, wie er rein hinschaut. Einvolle Knopf auch. Dankeschön. Wir haben jetzt das erste Urgewicht. Ähm, wir gehen mal eben zurück. Der Hund war hier für. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann haben wir jetzt mal einen Brieföffner und Faden. Genau. Den Brieföffner können wir auf jeden Fall hierfür benutzen. Das geht nämlich auf. Ja, da war ein Geschenk drinnen. Einmal, ähm, auch so ein Urgewicht. Und, ähm, ja, eine Nadel, würde ich sagen. Kummerstes Geschenk. Vor allem, ich frage mich gerade, hat der Vater einfach das Urgewicht aus dem Flur geklaut? Und so wollte das er seiner Frau schenken. Das war sein Plan. Na ja, gut. Ob die Frau sich da gefreut hätte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die restlichen Flicken haben wir jetzt. Und hier fehlt zum Kuckuck noch ein Vogel. Das war mein Vogel. Wer sich auch immer an der Tür zu schaffen gemacht hat, hat wirklich einen Vogel. Ja, das, das warst du. Ja, genau. Definitiv. Aber wir haben die Flicken. Das macht sie. Das ist cool. Ach so. Ein Faden. Und jetzt. Dann macht man das ganz schnell wieder heilen. Zum Glück macht sie das selber. Gut, dass Gretel das kann. Weil meine Nähkünste sind jetzt nicht die besten. Dann schauen wir uns das mal genauer an. Genau, das ist ja eigentlich wie so ein Wimmelbild, würde ich meinen. Ja. Und wir müssen einige Dinge finden, auch sehr schön hier. Das sind Eichernchen. Ja. Und eine Eule. Und ein Teddy. Ja, der geht zum Maskenball. Und die Teddys feiern alle Weihnachten zusammen. Eine Teddyfamilie. Der hat sogar einen Hut auf. Brauchen wir den? Nö. Ja. Und die Maske vom Bären. Ja. Dann ist hier noch hier so ein Dingsbums. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich glaube, so ein Skischstecken, oder? War das das? Ja. Das Eichernchen. Das nimmst du mit. Das haben wir beide natürlich schon gesehen. Das war das Erste. Und hier sind die Schien. Jede Sekunde zählt. Da. Ein Mau Mau. Das ist aber Felix. Weil Lolli ist dunkler. Ja. Genau. Unsere Katzen. Der Mond. Und dann haben wir noch einen Engel, einen Tannenbaum. Eine Schleife. Und so ein Zweig. Ach, der Zweig. Den sehe ich hier gerade. Weil er so gerade schelmisch rausflug. War denn hier nochmal was hinter dem Schuh? Oh. Ah, wir müssen auch wirklich ganz genau gucken. Genau. Schon nicht einfach. Da ist der Tannenbaum. Genaue Treffer. Ja. Jetzt suchen wir noch dieses Brokkoli-Teil hier und eine Schleife. Die Schleife ist das, glaube ich. Ja. War da bei der Eule noch irgendwas? Genau, da ist das. Cool. Ja. So. Dann haben wir noch einige Sachen bekommen jetzt. Das kommt da hin. Das Auto. Genau. Er will sich auf den Weg machen, um seinen Vater zu besuchen. Da haben wir das Feuerwerk. Wir müssen jetzt diese großen, äh, großgeschriebenen Sachen finden hier. Mal, äh, Traurigkeit, dann den Weihnachtsbaum. Und das Haus brauchen wir noch. Ja. Dad warnet mich, dass die Forrest gefährlich ist. Es gibt Bären und Wolfen und andere Sachen. Aber ich bin vorbereitet. Ich bringe eine Flare-Gun, und das wird alle von ihnen schrauben. Außerdem wird der Vater so glücklich sein, wenn ich ihn überrasche. Kleiner Weihnachtsmann. Ein Weihnachtsschneemann. Ein Weihnachtsschneemann, genau. Der kommt hier hin. Die Karte war hübsch, oder was auch immer das gerade war. Ach, genau. Das ist unser Rabbit. Unser Rabbit-Freund. Den setzen wir jetzt zusammen. Nö, noch nicht. Der braucht erstmal Kleber. Genau, das hauen wir da einfach rauf. Und dann ist er vollständig. Der Knight of the Rabbit kann beginnen. Denn er ist vollständig jetzt. Jawohl. Was ist das? Das ist so glücklich. Die Waldkarte. Okay, das ist wohl viel später. Genau. Wollen wir mal gucken? Acht haben wir da schon. Okay. Ja, haben wir viel. Und genau, da hatten wir noch nichts jetzt. Die Kameleon-Objekte sieht man aber, glaube ich, gar nicht. Nee. Äh, die Türklinke war hierfür. Ja. Haben wir die Lampe. Ah. Ich dachte eben, ich habe es nicht mehr eingesammelt. Das ging so schnell. Haben wir die Schreckleiter und eine Lampe. Die werden wir auch brauchen wahrscheinlich. Ich mag die Trommel. Ist schön, ne? Ganz guter Klang. Ich kann mal richtig schön rumalbern. Wir gehen hinunter. Oh, schön. Oh. Da ist jemand nicht amused. Not amused. Ein grimmiger Bär treibt im Wald sein Unwesen. Ich habe ihn tatsächlich gerade eben gesehen. Oh je, ich muss mich beeilen und Tommy finden. Dramatische Musik macht sich breit. Denn da ist ein böser Bär. Und ein Sückchen. War wirklich böse. Ah, was ist das? Ein Rentier. Aha. Eins von vier. Und das brauche ich. Das will ich gerne haben, ja. Ich brauche das. Armer Schneemann. Jemand hat deinen Hut gestohlen. Falls ich ihn finde, bringe ich ihn dir gerne wieder. Aber gib mir das erst. Nimm ich das. Ja. Der ist frech. Hat er auch noch was. Überall hat er was. Ergibt uns das nicht. Das ist gemein. Ein gemeiner Schneemann. Was haben wir hier denn alles? Was war das? Ja, genau. Ah, schau mal. Da setzen wir schon mal einen. Die blaue haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch eine rote. Ja. Hier ist auch voll süß. Also wunderschön der Schnee. Richtig, ja, hoch der Schnee. Also, so einen Schnee hätten wir gerne wieder, finde ich. Ja, sowas kriegen wir hier leider nicht. Leider. Da haben wir die Knöpfe. Ja. Die müssten gleich vom Schneemann sein. Ja. Aber es gibt noch gar nichts. Ich habe fast die Hand gegossen, aber er hat uns nichts gegeben dafür. Er ist noch nicht überzeugt genug. Hm, dann brauchen wir noch andere Dinge. Ja, den Mistelzweig haben wir. Waldkarte. Ich glaube, die Waldkarte brauchen wir, wenn wir hier rausgehen. Da haben wir noch nichts. Ach, hier haben wir auch noch was. Einen Eichhörnchen haben wir auch noch. Ja, für das weiß ich nicht, aber wie für ein Eichhörnchen. Wer weiß? Ein Eichhörnchen. Ach, hier. Da haben wir ja noch dieses komische Rätsel. Lass alle Kacheln verschwinden. Gleiche Kacheln verschwinden, wenn sie aufeinandertreffen. Wähle eine Kachel und einen Pfeil aus, um sie in diese Richtung zu bewegen. Eine Kachel fällt eine Reihe nach unten, wenn die Kachel darunter verschwindet oder sich bewegt. Genau, ein weiteres Rätsel sieht mir gar nicht so einfach aus. Das ist ja auch wieder so ein Schiebemechanismus. Allerdings werde ich den Part hier erstmal beenden, beziehungsweise wir beenden den Part. Denn dafür werden wir bestimmt ein wenig länger brauchen. Unser Brüderchen kratzt sich schon, dem ist langweilig. Er könnte ja auch helfen. Ja, genau. Wir bedanken uns fürs Zusehen, fürs Zuhören und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.